Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Purgatory 2 und jetzt auch der finalen Folge. Wir holen uns noch das Ende, das angeblich zu holen ist, wenn ich jetzt diese Schritte befolge. Ich hoffe, es klappt dann auch wirklich. Schauen wir mal. Also, ich, ähm, achso, das ist nach dem Kampf gegen die Spinnen, aber wahrscheinlich erinnert ihr euch. Ihr wisst schon, die Spinnen voller Blut und so und Henry hat gegen sie gekämpft und 9 hat uns gerettet. Ähm, du bist mir sehr wichtig. Schließlich warst du immer hilfsbereit und man konnte sich auf dich verlassen, von Beginn an. Und vor einem Moment hast du mein Leben gerettet. Natürlich kann ich mich durchaus auch auf Henry verlassen. Aber ich fühle mich schon irgendwie schuldig, wenn ich bedenke, wie nutzlos ich bin im Vergleich zu euch beiden. Eber, du bist eine Schuld? Ich kenne das Wort irgendwie nur als Schuld. Äh, okay. Hey, ich gebe mein Bestes. Hehe. Sei doch mal selbstbewusst, Ebel. Egal, was geschieht. Ich würde nicht zulassen, dass Henry oder dir etwas zustößt, wenn ich in der Nähe bin. Ich werde alle beschützen. Okay, aber übertreib es nicht. Also, mach nichts Übereiltes. Du und ich, wir beide, Ebel. Ja? Ja? Ich glaube, das wird jetzt das Gleiche sein. Sie trocknet die Kleidung. Und dann werden wir sicherlich sowieso erst mal ein Stück spielen müssen, bis sich da wieder etwas ergibt. Ähm, gut. Ich speich... Okay, das hatte schon wer geschrieben, dass im Menü man daran erkennt, wie der Relationship-Status gerade ist, also wie die Beziehung gerade ist zu den Charakteren, je nachdem wie nah sie an Ebel dran stehen. Aber das ist jetzt irgendwie... Das macht mir Angst. Äh, wo speichere ich denn jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Ja gut, aber dahinter... Also danach brauchen wir ja keinen der Speicherstände eigentlich. Ich glaube, das kann ich hier drüber speichern. Gut. Ja, ich mache erstmal einen Cut... Äh, Moment. Ist das was Neues, oder? Nee, das hatten wir. Okay. Ach ja, wir müssen gleich fliehen. Aber das mache ich, äh, offscreen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn was Neues kommt. So, wir sind am Ende angekommen. Mal schauen, ob 9 jetzt was anderes sagt, wenn wir mit ihr sprechen hier in der Apotheke. Ja. Ich habe eine Frage... Ach nee, das ist das mit dem Geld. Das kennen wir schon. Oh, es gibt nicht mehr. Okay, na gut, dann müssen wir schauen, ob hier draußen irgendwas getriggert wird. Weh, ich kriege kein anderes Ende. Ich habe den Bosskampf nochmal machen müssen. Ähm, okay, mal gucken. Sie sagt, bedeutet das, du hast den Rest des Tages nichts vor? Könnte man so sagen. Dann lass uns doch was essen gehen. Äh, du möchtest, dass wir nochmal was essen gehen? Das haben wir doch heute Morgen schon getan. Aber ich bin hungrig. Henry, möchtest du auch etwas essen gehen? Nein, du bist total pleite. Du solltest die arme Henry nicht aussaugen. Äh. Hä? Ist es dir egal? Aha. Yay, danke Henry. Gott. Aber du solltest Henry wirklich alles zurückzahlen, was du dir leihst? Das werde ich. Okay, lasst uns etwas zum Essen und Trinken besorgen. Achso, sie hat das falsch kombiniert, weil sie meinte, grab a bite to drink. Ja, also. Er korrigiert diese Redewendung. Naja, ist ja auch egal. Außerdem. Ich denke, es ist erstmal am besten, wenn wir unter dem Radar bleiben. Wir müssen noch herausfinden, was Lobelias nächster Move ist. Oder nächster Schachzug, sagen wir mal so. 3 Uhr nachmittags. Lasst uns mit der Afterparty beginnen. Äh. Hier ist ein riesiger Teller voller Omo Rice. Ein 88, ich weiß gar nicht, was Odd jetzt für ein Gewicht ist, Pfund. A Steak und ein Super-Sized Burger. Dieser ganze Tisch, der schreit förmlich nach, nach Herzinfarkt. Wer wird das alles essen? Und die Dinge hier, die stehen ja nicht einmal auf der Speisekarte. Ich habe darum gebeten. Oh Mann, du könntest echt mal üben, dich ein bisschen zurückzuhalten. Jetzt entschuldige dich bei Henry. Tut mir leid, dass wir so dein Geld ausgeben. Henry, ist es okay, ihr eine zu verpassen? Oh. Oh nein, bitte sehr. 10 Portionen Fried Chicken von unserer geheimen Speisekarte. Danke. Es gibt einfach keine Grenzen für das, was du essen kannst. Übrigens. Hä? Ich bin überrascht zu sehen, dass du ein junges Mädchen hierher bringst. Vor allem, da ich dich sonst immer nur alleine gesehen habe. Mal davon abgesehen, dass es zwei Mädchen sind. Du bist plötzlich wirklich beliebt geworden, Ebel. Ja, nun, ich schätze, ich mache gerade einen Abschnitt meines Lebens durch, indem ich dämonisch beliebt werde. Hey, Ebel, kennst du diese Lady? Ein bisschen, weil ich hier häufig herkomme. Sie ist eine Hussie. Eine Hostess, glaube ich, ist halt gemeint. Wahrscheinlich ist das die Abkürzung. Ähm, die sehr freundlich zu Fremden ist. Und, äh, ja, sie gerät ein bisschen zu schnell in Smalltalk mit allen. Hey, das ist unverschämt, dass du mich eine Hussie nennst. Zu deiner Information, ich... Hey, wir haben hier Gäste, die warten. Äh, es tut mir leid, Sir. Sie scheint eine interessante Lady zu sein. Wirklich? Ähm, diese Frau arbeitet Männer ab wie Süßigkeiten? Ich glaube, so ist das gemeint. Ebel, zählst du dich zu diesen Männern, die sie durchgearbeitet hat? Ich war noch nie in einer Beziehung. Punkt. Und ich will auch gar nicht in einer sein, die so hassi ist. Was zur Hölle ist hassi? Ich muss jetzt nachgucken. Das macht mich jetzt fertig. Ich kapiere nicht, was hassi ist. Und das ist, naja, nicht wichtig, aber ich möchte es gerne wissen. Gucken wir mal. Also, hassi ist... Ich bin gespannt. Och je, ein Flittchen. Oh Mann. Okay. Äh, das ist dann wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich unterste Schublade von Ebel, sie so zu nennen. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Äh, ja. Und auf jeden Fall will ich keine Beziehung mit diesem Flittchen. Wow, eine sehr direkte Antwort. Jedenfalls, äh, was tun wir von nun an? Ich meine, das, wovon wir vorhin gesprochen haben. Was sollen wir tun und wie sollen wir es tun? Also, ich persönlich denke, wir sollten echt unter dem Radar bleiben. Und ihr? Momentan ist die Royal Capital völlig in den Fängen der Korruption. Ich denke, dass Lobelia sich sofort zurückziehen wird. Und was wird danach geschehen? Das ist etwas, das mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Nun, wir können versuchen, zu prognostizieren, was geschehen wird. Nun, da die Entität, die die Royal Capital kontrolliert hat, fort ist, ist ein Machtvakuum entstanden, das sicherlich, ähm, von den bisher unterdrückten Adeligen eingenommen werden möchte, die nun miteinander konkurrieren. Und die Adeligen, die am einflussreichsten sind, die werden verschiedenste Möglichkeiten suchen, um es auszunutzen. Ist das wirklich notwendig? Wir haben doch einen König. Wisst ihr beiden es denn nicht? Was? Hä? Ich darf das nicht zu laut sagen, aber... Oh, okay, die ganze Königsfamilie wurde von Lobelia getötet. Wuh? Hä? Nein, 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 das kann nicht sein. Ist das dein Ernst? Woher hast du diese Information? Ich habe sie auf dem Muttercomputer im Untergrund entdeckt. Falls ihr euch schon gewundert habt, es ist vor sechs Jahren geschehen, dass Lobelia sich in die Royal Capital eingenistet hat. Und das war auch das Jahr, in dem die Königsfamilie umgebracht wurde. Moment, 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 das kann doch nicht sein. Ich habe den König doch noch vor einem Jahr bei der Parade gesehen, mit meinen eigenen Augen. Obwohl, je mehr ich darüber nachdenke, eigentlich konnte ich ihn auch gar nicht so gut sehen, weil ich so weit weg war. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber gemäß der Daten auf dem Muttercomputer... Der König und die Mitglieder der Königsfamilie, die an jenem Tag an der Parade teilnahmen, waren eigentlich alles Dummy-Fleisch-Puppen, die von Lobelia entwickelt wurden. Das Innere wurde bewegt und manipuliert durch Maschinen, während das Äußere aus wahrem, menschlichem Fleisch bestand. Sie haben ihr Gesicht perfekt versteckt und... Also, sie haben das Gesicht und den Körper und das ganze Aussehen perfekt an die königliche Familie angepasst. Aber eigentlich sind es Dummy-Körper. Das war, was ich gefunden habe. Wow. Und den Adeligen, ist das klar? Vermutlich wissen es nur die Allereinflussreichsten. Das kann ich einfach nicht glauben. Es wäre möglich, dass selbst jetzt ein Dummy-Körper auf einem der Throne sitzt. Oder auf dem Thron sitzt. Das ist definitiv nicht das, was ich hören wollte. Was geschieht dann mit der Royal Capital, wenn dieses Machtvakuum sich formt? Oder entsteht. Oder entsteht. Und dieser Machtkampf zwischen den Adeligen beginnt. Nun, dann beginnt halt ein Machtkampf zwischen den Adeligen. Nicht wahr? Also echt. Jedenfalls, wenn es ganz schlimm kommt, dann könnte es sich in einen Bürgerkrieg verwandeln. Das ist schrecklich. Gibt es irgendetwas, das wir tun können? Ja. Und was? Ich werde eine Plage über das ganze Land verteilen und meine Apotheke wird ein großer Erfolg. Dann werde ich meine Zellen in die Medizin mischen. Und alle Adeligen, wie auch die normalen Bürger, werden durch meine Zellen parasitiert, also eingenommen und erhalten eine Gehirnwäsche. Ja, so werden wir den Frieden erlangen. Okay. Oh mein Gott, was zur Hölle ist iatrogenisches Treatment? Also ich würde das ja nachschlagen, aber wahrscheinlich steht dann da nur auf Deutsch iatrogenisch. Also wahrscheinlich eine genetische Veränderung. Eine Behandlung, die eine genetische Veränderung hervorruft oder so. Oder mit Genen gemacht wird. Irgendwie sowas. Das ist jedenfalls ein sehr schlimmer Fall davon. Moment mal, aber ist das nicht gefährlich, alle mit Parasiten zu versorgen? Das geht schon. Ich glaube, das wird gar keinem auffallen. Es gibt keine Symptome, keine Komplikationen. Man fühlt sich nicht unwohl oder so. Ich kann jemandem keine Gehirnwäsche verpassen, außer ich kann das Ziel genau identifizieren. Und es ist bei Bewusstsein. Und wenn ich ihnen keine Gehirnwäsche verpassen kann, dann funktioniert meine Medizin als Panacea. Ist Panacea das, wie heißt das denn im Deutschen? Nee, das ist bestimmt nicht dasselbe, oder? Oh Mann, ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Wenn das gar keine Medizin ist, sondern nur so den Effekt haben soll, als wäre das Medizin. Ein Prostum. Ist es irgendwie auch mit P oder R? Ja, ich gucke trotzdem mal, ob hier auf Englisch steht, was Panacea ist. Oder Panacea. Panacea. Oh, ich habe mich total vertippt. Nicht ein Buchstabe war richtig. Hm, es ist hier auf jeden Fall. Ah, ein Allheilmittel. Oh, das ist natürlich cool. Gut, dass ich das nachgeschlagen habe. Ein Allheilmittel. Das ist irgendwie ein komisch schwieriges Wort. Allheilmittel. Ähm, ich meinte aber dieses andere Wort, ey, ich komme nicht drauf, das macht mich gerade wahnsinnig. Hoffentlich komme ich noch im Laufe der Folge drauf. Ein Allheilmittel? Ja. Es ist, oh, jetzt erklärt sie es. Ich meine, es ist eine Medizin gegen alle Krankheiten. Denn meine Zellen sind in der Lage, alle Krankheiten zu heilen. Und es kann auch vorab wirken, also präventiv. Sogar gegen Krebs? Ja, sogar Krebs. Und was ist mit Gehirnschlägen und Herzinfarkten und Lungenentzündungen und Tuberkulose und Infektionskrankheiten oder sogar OTH oder JGO? Das alles. Und was ist mit unheilbaren Krankheiten? Sehr wahrscheinlich ja. Und dir ist schon klar, wie viele unheilbare Krankheiten es da draußen gibt? Übrigens, ich kann auch verhindern, dass Hautzellen zerfallen. Also selbst wenn du 100 Jahre alt bist, wird deine Haut noch wie Seide aussehen. Außerdem kann ich alle zurückbringen in ihre Hochzeit. Selbst wenn du eine chronische Krankheit hast oder ein vorab existierender Umstand, also dass es einem irgendwie nicht gut ging. Sogar Schäden am Gehirn? Ich kann es zurückverwandeln in ein normales, gesundes Gehirn. Placebo. Oh, ist mir eingefallen, ey. Ich wusste, dass es da irgendwo in meinem Gehirn ist. Eben ist es aufgeploppt. Ein Placebo ist das, was ich vorhin meinte. Aber ich glaube, es könnte bewirken, dass das Muster deines Denkens und deine Personalität, also deine Persönlichkeit, sorry, sich ein wenig verändern. Hm, mir fällt nichts anderes ein. Mann, die Macht der Dämonen ist wahrhaft beängstigend. Also, um zum vorherigen Thema zurückzukommen, bevor wir davon abgewichen sind. Nun, wenn du dann die wichtigsten Personen mit einer Gehirnwäsche versorgt hast, was wäre dann unser nächster Schritt? Dann übernehmen wir die Kontrolle über Royal Capital und kämpfen gegen Lobelia. Uh. Das war's. Okay, das ist aber sehr simplifiziert, ne? Wir brauchen noch einen viel detaillierteren Plan als da... Bitte. Achso, Verzeihung, Lady. Spaghetti Carbonara für 10 Personen und 176 Pfund Steak, bitte. Ey, hey, Moment mal. Äh. Äh. Du musst doch erst aufessen, was du best... Äh, du hast alles gegessen? Das habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen. Voll geil. Aber ich hatte nicht ein Bissen. Schweißtropfen. Äh, letzten Endes hat 9 so richtig zugeschlagen und damit waren all unsere Gespräche über Zukunftspläne beendet. Als dann der Zeitpunkt kam, um das Essen zu bezahlen... Anne war die... Lag die Rechnung bei... Etwas über 100.000. Es wurde so teuer, dass mir Henry richtig leid tat. Also gab ich ihr all das Geld, das ich bei mir hatte. Ich entschloss mich das von nun an. Wir 9 besser mit in ein All-You-Can-Eat-Restaurant... Restaurant nehmen. Sehr gute Idee. Ende 2. 9. 9. Regular Restaurant Ban. Achso, sie darf halt nie wieder in ein normales Restaurant. Finde ich schon ziemlich geil. Achso, ja gut. Das ist halt jetzt... Ne, das ist nur... Also, das ist die gleiche Szene, die wir schon hatten. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf gedrückt habe. Genau, so fing das Ending hier an, nachdem die Credits waren. Genau wie letztes Mal. Da habt ihr also nichts verpasst. Ich hab wirklich erst an dem Moment eingesetzt, wo sich das dann verändert hat. Na gut, meine Lieben. Ja, das war schon noch ganz nett. Und ich finde, es ist halt einfach ein cooleres Ende, weil es endete mit Enry und 9 und wir schmieden Pläne, was wir gegen Lobelia unternehmen wollen. Das fand ich schon ein viel besseres Ende. Hat mir besser gefallen als dieses komische mit diesen Mädchen. Wobei ihr mir schon gesagt habt, dass es halt noch was mit dem Mädchen auf sich hat. Und man wohl im Bad End sogar noch was zu ihr erfährt. Oder über sie erfährt. Aber ich werde euch im Kommentarbereich einen Kommentar anpinnen. Da werde ich ein Video verlinken, in dem alle Endings noch zu sehen sind. Leider nur auf Englisch, aber immerhin von meinem, ihr wisst, den Let's Player meines Herzens. Ich hab ja einen, seht ihr unten in den Kommentaren, einen englischsprachigen, den ich super gerne schaue. Beziehungsweise vieles kann ich schon ja gar nicht mehr schauen, weil ich an denselben Spielen interessiert bin. Ist immer ein bisschen schwierig. Aber so hin und wieder, wenn ich mir dann sicher bin, dass ich das oder jenes Spiel nicht selber spielen werde, dann kann ich es mir bei ihm angucken. Ja, na gut, meine Lieben. Also schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Und ich weiß noch nicht, was das ist. Gucken wir mal. Ich überlege mir was. Also auf jeden Fall freue ich mich darauf. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.